Ja Freunde, willkommen zur nächsten Uncut-Runde. Heute kann es sein, dass wir hier ein paar Spieler sehen, die wir noch nie gesehen haben, denn irgendwie hat meine Lobby-Suche gerade ein bisschen länger gedauert und das ist eigentlich ein bisschen untypisch. Normalerweise, wenn wir alle gleichzeitig im Stream eine Lobby suchen, wie die Uncut-Runden eben funktionieren, dann macht es so, so eine Runde suchen, zack und die erste Lobby ist da und dann sind aber auch zum großen Teil immer die gleichen Leute drin. Es hat dieses Mal so 20 Sekunden gedauert und deshalb glaube ich, ich habe in der Pre-Game-Lobby schon gesehen, da sind viele mit Uncut drin und ich kannte keinen von denen, ich glaube wir sind irgendwie mal in einen anderen Lobby-Pool gekommen. Wie auch immer das passiert ist, weil VPN alles mögliche ist auch aus, aber ja mal schauen, mal schauen. Wir haben auch eine Regel heute, mal wieder nach längerer Zeit, ich habe ja in letzter Zeit seltener Regeln gemacht, weil es immer so ein bisschen schwierig ist dann, dass sich Leute dran halten und sowas, das ist immer so ein bisschen Pain und deshalb, ja, Uncut Herr Huhn. Na gut, Uncut Herr Huhn, noch nie gehört, bitte einmal, er weiß nicht mal, dass man exekutiert, hey, er hat sogar gebudyshootet, Herr Huhn, ne, ne Herr Huhn, ohne sowas haben wir gesagt, Bodyshoot, inkorrekt, ne egal, wir schauen Herr Huhn zu, der jetzt hier wieder landet, wir haben lange keine Regeln mehr gemacht, weil erstens, wie gesagt, es ist Pain, dass sich Leute nicht dran halten, zweitens ist Caldera schon in vielerlei Hinsicht echt anstrengend genug und wenn du dann halt auch noch gegen ein Team spielst, was sich nicht an die Regeln hält, ist das dann so ein bisschen so, mhm, I don't know. Okay, Herr Huhn hatte, ähm, einen Anfall und ist nicht mehr in der Lobby. Memento Mori mit Level 446, heilige Scheiße, Digga, ich bin Level 323 und ich mein, so mäßig, ich bin Streamer und das ist quasi irgendwie mein Beruf, das Spiel zu spielen. Er ist einfach 100 Level über mir, mehr als 100 Level, keiner weiß. Keiner weiß. Keine Ahnung, ob das jetzt auch ein Zuschauer ist oder nicht. Ähm, Hacker wollte nicht zeigen, ja, ich glaube auch. Egal, wir schauen ihm auf jeden Fall zu und ich hoffe, dass das eine entspannte Runde wird, ganz kurz an der Stelle. Ich muss ehrlich zugeben, dass mir die Uncut-Runden nicht mehr so viel Spaß machen wie auf Verdansk. Liegt natürlich an Caldera so, ne, es ist immer so ein bisschen so, samstags denke ich mir manchmal, die Lobby-Lack ein bisschen, kann das sein? Samstags denke ich mir manchmal so, oh, morgen Uncut-Runden, eigentlich geil, weil Community-Projekt, Leute können da mitspielen und das ist ja alles in allem, ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, ein geiles Projekt und, nice, auch kein Zuschauer. Was ist das für eine Textur da gewesen von diesem, von dieser Holzhütte? Hilfe. Erstmal Mittelfinger, perfekt. Ähm, aber so auf Caldera ist es meistens so ein bisschen boring und deshalb versuche ich in nächster Zeit immer wieder ein bisschen häufiger Regeln zu machen. Vielleicht machen wir mal wieder so eine Schild- und Messerrunde oder so, aber wie gesagt, wenn ich da dann halt einer nicht dran hält, dann ist das wieder so Ultra-Pain. Wir brauchen echt einfach Warzone 2 in Custom-Games, ne? Was passiert hier eigentlich? Kann mir einer erklären, was wir... Digga, da schießt einer mit RPGs die ganze Zeit wie so ein Geisteskanker. Er zeigt die ganze Zeit einen Mittelfinger, der davor ist rausgegangen. Das war gerade irgendwie Action-Film gerade, wie die Rakete an dem Bildschirm vorbeigeflogen ist. Hitmarker, obwohl kein, kein Shield mehr. Was passiert? Und, oh, das war knapp. Bubu. An der Stelle, falls ihr hier mitspielt und ein Zuschauer seid, dann bitte packt euch auch Uncut in den Klantag, ne? Weil sonst gehe ich davon aus, dass ihr keine Zuschauer seid. Okay, er will nicht. Er will nicht, aber er macht hier auch die ganze Geste nicht, ich gehe stark davon aus. Mach mal, nick mal so, mach mal von oben nach unten, vertikal, äh, dein Stick quasi hoch, runter die ganze Zeit, dass wir wissen, du bist ein Zuschauer. Aber, einfach so als Zeichen, wenn du gerade den Stream schaust. Es gibt doch Custom-Games, es gibt Custom-Games, aber das ist unmöglich umzusetzen. Aktuell, oder erstmal ein bisschen ding, das geht auch. Das ist unmöglich umzusetzen, weil, dafür müssen die Leute halt auch in deiner Freundschaftsliste sein. Das heißt, wenn ich Anker drunter mache, und wir sind jetzt gerade, ich schaue mal ganz kurz, fast 3000 Zuschauer. Okay? Und ich sage dann, okay, um jetzt mitzuspielen, müsst ihr mich adden. Wenn nur 10% der Leute da dann mich adden, dann habe ich 300 Freundschaftsanfragen, oder wenn das auch ein Mod für mich machen würde, genauso, 300 Freundschaftsanfragen, die man auch gar nicht so schnell annehmen kann, weil das Spiel dann auch die ganze Zeit abschützt und so. Custom-Games ist keine Lösung, habe ich schon mehrfach erzählt, das werde ich nie wieder machen auf Custom-Games, nie wieder. Ist eigentlich mal ein Turnier oder so, ein gescheites. Für die Anker drunter machen wir keine Custom-Games, solange das nicht besser ist, dass man irgendwie Leute einladen kann über einen Einladungslink oder so, und man da auch Sachen einstellen kann, weil so lohnt sich das nicht. Okay, also er spielt auf jeden Fall Wellgun, das ist eine Regel gewesen, Brennen-Wellgun ist nicht erlaubt. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass es kein Zuschauer. Ich gehe stark davon aus, dass es kein Zuschauer. Weil wir haben auch gesagt, ohne Wellgun, ohne Brennen, weil das ist auch so eine Sache, die letzten Anker drunter waren dann alle so, eigentlich waren alles das Gleiche. Es war Caldera, so schon langweilig und dann noch dazu die langweiligste Meter aller Zeiten, die wird schon seit drei Monaten spielen. Fucking Brennen. Brennen, so eine unfassbar langweilige Waffe, ich kann sie auch echt nicht mehr sehen. Und die wurde jetzt schon, was weiß ich wie oft, genervt, aber sie ist einfach immer noch zu stark. Und immer noch jeder spielt sie so gefühlt, deshalb, ja. Warzone 2 mit mehr Leben und richtigen Custom-Games, ja, da sehe ich mich auch komplett. Stellt euch mal vor, was man alles machen könnte, wenn Warzone 2 endlich mal richtig gute Custom-Games bringt. Mit Einladungslink, eventuell irgendwelchen Tools, wo ich als, wo ich nicht als einzelner Spieler mitspielen muss, um mich aufklatschen zu lassen, um der Lobby zuzuschauen, sondern wo ich wirklich durchswitchen kann, wem will ich zuschauen, will ich vielleicht mal Vogelperspektive über die Map machen für irgendwelche Gunfights und so, wo ich mir auch richtig die Sachen anzeigen lassen kann, wie Schaden, Kills und sowas. Einfach so ein richtiger Codcaster-Modus, das ist ja etwas, was es im Multiplayer von COD schon seit Jahren gibt. Für Warzone aber nicht, weil die halt nicht dachten, dass das so ein Erfolg wird, das Game, und vor allem nicht, dass es sich so lange hält. Mit Warzone 2 hoffentlich kommt sowas, aber dann, ey, wir könnten so viel machen, so viele Projekte mit Sponsoren, die dann mit Sicherheit auch bereit wären, weil das würden sich bestimmt auch viele Leute angucken oder gerne anschauen, die dann bereit wären, Gewinne zur Verfügung zu stellen, wir würden richtig krasse Turniere machen, wir könnten irgendwie, weiß nicht, richtig viele wilde Runden machen mit nur Shotguns, nur Sniper oder sowas, wo man nicht drauf hoffen muss, dass Leute sich dran halten, weil ich es ihnen erzählt habe, bitte spielt nur Shotgun, Sniper oder sonst irgendwas, sondern wo ich es einstellen kann in-game, dass es das nur gibt oder so, es wäre halt alles, es wäre alles so unfassbar Premium. Und ich hoffe, dass das einfach kommt, ne, weil, wie gesagt, das ist jetzt einfach ein bisschen Pain. Oh, Outgun. Ankert! Es ist Freezy, der hat vorhin in den Chat geschrieben, dass er sich auf die Ankertrunden freut. Dann, schauen wir ihm doch zu. Beste Leben. Ich kann die MP40 auch nicht mehr sehen, ich muss sagen, MP40... Hä? Warum schauen wir ihm jetzt zu? Danny Boy? Auch Level 484, äh, 48? Wie, hä? Warum schauen wir ihm zu? Das ist auf jeden Fall die neue MP40-Klasse von mir, die, ähm, bockt richtig hart, ja, gönnt euch das Video auf dem Main-Channel, auf dem Stylers-Kanal. Ähm, sehr, sehr krasse Waffe. Und ich muss sagen, MP40 habe ich mich jetzt noch nicht so dran satt gesehen, weil das auch einfach eine geile Waffe ist, so, ne. Das ist eine der wenigen Waffen von Vanguard, die sich in meinen Augen auch gut anfühlt, weil die meisten Waffen sind irgendwie so ein bisschen so, ne, so eine Brennen beispielsweise. Das ist auch einfach, ich finde es gar nicht geil, mit der Brennen-Kills zu machen. Null. Wie, 0,0. Mit der MP40 aber irgendwie schon. Das, äh, ja. Er ist Level 448 und slidet immer noch falsch. Er ist auf jeden Fall kein Slide-Cancel. Aber, vielleicht spielt er auch nur Multiplayer, ne, weil da ist die Engine ja auch ein bisschen anders. Da muss man auch nicht unbedingt Slide-Cancel, das kann schon sein, dass er dadurch sein Level hat. Aber ja, Slide-Cancel wirklich wichtig zu lernen, ohne Scheiß. Das ist etwas, das ist gar nicht so schwer. Und das wirklich wertet euren Skill in Warzone extrem auf. Das braucht ihr ehrlich, ne. Da war so eine unsichtbare Barriere einfach. Spielt er kaltblütig? Dass das Ding nicht auf ihn schießt? Oh, ne, ist der Schütze ringt. Wie, ich lerne Slide-Canceln. Ich habe da auch ein Video zu gemacht, damals auf Verdansk noch. Aber da hat sich ja nichts geändert, wie das funktioniert. Ah, der Niboy, nicer Kill an Young God. Wie gesagt, es sind Leute dabei, die waren davor noch nicht dabei. Das heißt, ich glaube, meine Theorie stimmt. Oh, 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 alter. Ziemlich weak weggekommen, da. Erklär' ihm mal bitte den Slide-Cancel. Habe ich ein YouTube-Video zugemacht. Ausrufezeichen Movement wäre das hier im Chat für die Live-Zuschauer. Oder ihr könnt, glaube ich, auf YouTube eingeben, Stylas Movement. Und dann solltet ihr so ein rotes, ein bisschen rotes Something, ihr seht mit meiner rot-pinken Farbe da immer. Ist der da ganz hinten in dem Fenster? Ne, er ist oben schon. Oh ja, rip, 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 Danny Boy. Arkient. Okay. Oh, ne Uncut. An der Stelle, wenn ihr auch mitspielt, dann bitte macht euch Uncut in Clantec. Wenn das nicht geht, wieso auch immer, dann macht euch S in Clantec oder sonst irgendwas. Perfekt. Oh, die Klasse ist so geil. Dieses Fadenkreuz auf der Roboter irgendwie so satisfying. Oh, rip, 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 rip. Roboter spielt er. Oh, aber er ist ein guter Spieler. Arkient ist ein guter Spieler. Arkient. Was, 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 was denn? Was, was habe ich denn? Was war ich denn falsch? Arkient. Das Kollege von Parit. Ich kenne ihn nicht. Hilfe. Ganzer Chat lacht mich aus. Wie heißt er denn? Wie wird er denn ausgesprochen? Was sage ich denn falsch? Was sage ich falsch, Chat? Hilf mir. Arkient. Ist doch richtig so, oder? Ist doch richtig so, ich weiß. Archgent ausgesprochen. Archgent? Archent? 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 Alter, Digga. Ich kann das nicht aussprechen. Ich kann das nicht aussprechen. Archent? Albanisch ist das. Okay, ja, kein Plan. Archent? Okay, wir machen Archent. Digga, das ist insane schwierig auszusprechen. Insane schwierig auszusprechen. Kann kein Albanisch. Arschkind? Nee, ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, das ist er auch nicht. Aber potenziell schaut er ja dann doch zu. Weil er spielt auf jeden Fall auch nicht Brennwellgun, was ja verboten ist. Miescracked. Okay. Dann will ich jetzt ein bisschen was von ihm sehen. Acht Kills? Ist richtig fähres Perk, oder? Richtig fähres Perk. Alter, Madkip. Der arme Madkip. Machst du nichts. Machst du nichts. Junge, dieses Perk ist so scheiße, wirklich. Also ich spiele es ja auch, weil es wirklich absolut Meta ist und man es ehrlich gefühlt braucht. Aber es ist doch so ass, oder? Es ist doch so ass, dieses Perk. Er spielt mit Sparkle viel. Okay, ja, Sparkle kenne ich. Archent. Ich will gar nicht merken, ehrlich. So, nächster Kill jetzt hier. Wird gehuntet. Er hat auf jeden Fall eine Optik-Tarnung auch. Also Optik-Operator. So. Er hat so die Tür zugemacht. Hilfe. Oh, 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 oh. Ghost Ninja Aim. Okay. Nur noch eine Plate. Archent. Archent. Ja, ja. Ist ja okay. Ist ja okay, Chat. Ich sage einfach seinen Namen nicht mehr. Ich nenne ihn jetzt, ich nenne ihn jetzt Mr. Optik. Ich hoffe, dass das Perk in Warzone 2 nicht mehr dabei ist. Generell, ganz komisch. Also ich habe auch schon ein paar Leaks gelesen zu Warzone 2, wo stand, dass man wohl im Multiplayer zumindest, keine Ahnung, ob das dann auch in Warzone so kommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass MW2 die gleiche Engine haben wird wie Warzone 2. Und da hieß es, laut Leaks, ne, das ist nicht 100% confirmed, aber es ist auf jeden Fall eine sehr vertrauenswürdige Quelle. Die hat schon sehr, sehr viel richtig geleakt. Und da stand einfach dabei, dass man während dem Sprinten im Visier sein kann. Nennen Knossi. Okay, also Stukex schreibt in den Chat, ich soll ihn Knossi nennen. Dann, dann nennen wir ihn Knossi. Dann nennen wir ihn Knossi. Das ist aber dann auf Stukex Mist gewachsen an der Stelle. Hät unter ihm. Eigentlich könnte er ihn doch übel reckless pushen, oder? Ich bin auf jeden Fall schlau. Ich glaube, ich wäre da zu, ich wäre da viel zu greedy jetzt. Ich würde da wirklich, ich würde auf ihn drauf springen. Und das würde mir, sein Name, Junge. Das würde mir richtig oft zum Verhängnis werden. Das würde mir auch richtig oft zum Verhängnis werden, dass ich viel zu greedy bin. Macht das schlau auf jeden Fall. Kostet Warzone 2 was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Warzone 2 auch kostenlos wird. Aber auch da gibt es keine, gibt es noch keine Leaks zu. Wurde von einem Level 600er Plus gebaitet. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Genau, so wie Last Stand. Genau, richtig, Last Stand ist halt auch wiederkommen. Für die Leute, die damals kein COD gespielt haben. Das war einfach so ein, so ein Perk. Das gab es in Black Ops 1 sogar echt als Perk, ne? Und dann später so als Deathstreak. Dass wenn du zu oft hintereinander gestorben bist, hast du das bekommen. Dann hast du einfach so eine zweite Chance gehabt. Du warst quasi knocked im Multiplayer und musstest erst noch gefinisht werden. Last Stand. So ass. Ich wünsche mir einfach, dass man Fallschirm kappen kann, wann man will. Das kommt doch noch, oder? Das müsste jetzt eigentlich, oder warte mal. Gab es das mit Season Update eigentlich schon von Season 2? Ne, ne? Die Vago kam zwar. Ne, ne, ne. Jetzt kommt auch noch eine neue SMG, meine ich, ne? Ne, ne, ne. Mit Season Update kam noch nicht. Mit Season Update kam noch nicht. Ich glaube, das kommt jetzt nächste Woche. Da sollen eigentlich auch nochmal so Quality of Life Updates kommen. Maybe. Also ich hab gelesen eigentlich, dass das hätte schon im ersten Update dabei sein sollen. Mit dem, dass du überall Fallschirm kappen kannst. Was doch übrigens absolut wichtig ist, dass das passiert. Ähm. Ja, das sollte jetzt dann mit dem Mid-Season Update kommen. Wird die Vago eigentlich noch gefixt? Das ist eine Frage. Ich hätte ehrlich gedacht, dass das nach zwei Tagen oder so passiert. Wirklich maximal drei, vier Tage oder so. Aber es passiert einfach nicht, ne? Die Vago wird einfach nicht gefixt. Man kann immer noch nicht die Variante aus dem Shop, die die perfekten Aufsätze hat, spielen. Das ist bei uns einfach immer noch nichts in der Hand dann. Und die Nachladeanimationen sind immer noch so verbuggt, dass die Animation schon vorbei ist, die Munition aber noch nicht drin ist. Du quasi nicht direkt weitersprinten kannst. Vago ist so nice. Ja, Vago ist vor allem halt so eine geile Waffe. Umso nerviger halt, dass... Oh mein Gott, da kommt der nicht hoch, ne? Oh, Kildera. So S, so S, so S. Hilfe. So, er hat noch eine Stim. Ich glaube, die hätte ich eher deutlich später gejustet sogar. Die hätte ich deutlich später gejustet. Ich meine, er schafft es so trotzdem so, ne? Aber ich dann lieber hier gejustet, sag ich mal. Ja, wir sind gespannt. 20 Euro im Sand. Ja, ich habe mir die auch gekauft, die Variante, ne? Vor allem, weil die halt echt geil aussieht. Weil die die perfekten Aufsätze hat. Und das war die erste Variante, die ich mir gekauft habe, die es einfach gelohnt hat einfach. Weil die schon die perfekten Aufsätze hat. Dann hätte ich die gar nicht quasi freispielen und leveln müssen, so mäßig. Aber man konnte sie einfach nicht spielen. Und sie ist auch immer noch im Shop erhältlich, jeder, der sie kauft. Sie wird auch nicht rausgenommen aus dem Shop. Es ist ehrlich frech, muss man sagen. Muss man sagen, wie es ist. Es ist ehrlich frech. Er kriegt auch echt geile Kills, ne? Wieder schöner Name da. Nicht schöner Name, ne? Wir distanzieren uns natürlich davon, ne? Wichtig und richtig. Was ist der Gegner hier? Schöne Shots auf jeden Fall mit der Roboter. Frechheit ist das, ja. Also ich versuche ja immer so ein bisschen, ne? Entwickler irgendwie in Schutz zu nehmen ab und zu. Nicht nur auf dieses alles ist scheiße zu gehen, weil das ist in meinen Augen auch irgendwie Quatsch. Letztendlich ist es immer noch kostenlos und eigentlich vom Grundprinzip so richtig geil. Man kann Fehler verzeihen, aber das ist wirklich, wirklich Quatsch, dass diese Variante nicht funktioniert. Dass sie die auch nicht aus dem Shop nehmen oder so dann, ne? Also ich kann immer noch einfach Leute Geld dafür ausgeben und bekomme sie dann nicht. Es ist Team 2 bei Ruinen. Okay, das ist eklig. Dann Arsch bitte einmal töten. Ne, äh, Knossi natürlich, sorry. Knossi. Kann man nur Paysafe-Karten-Warsom bezahlen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich hier nicht beantworten. Wir schauen jetzt eben schon eine ganze Weile zu, ne? Muss man sagen. Bitte nächste Runde anker den Klantek. Koopa darf man, oder? Ja, ja, Koopa ist erlaubt. Nur Brennen und Wellgun nicht. Ich glaube 95% des Teams sitzen an Warzone 2. Habe ich auch schon gesagt, ja. Und dann ist es auch okay, dass richtig viele Sachen aktuell einfach nur so halbherzig gemacht werden. Für mich, solange dann eben Warzone 2 gut wird. Aber diese Wago muss halt trotzdem aus dem Shop raus. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so ein großer Aufwand ist, einfach eine Variante aus dem Shop zu nehmen, die nicht funktioniert. Deshalb, ja. Die Schüsse sitzen mir ein bisschen zu perfekt. Ne, 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 Mark. Ne, 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 ne. Die sitzen auf jeden Fall nicht zu perfekt. Arsch hat auf jeden Fall nicht an. Das ist auf jeden Fall nicht. Die Schüsse sitzen mir ein bisschen zu perfekt. Ne, ne, ne. Muss man Warzone 2.9 sein, oder ist das einfach ein Update für Warzone? Und man, also es wird ein komplett anderes Spiel sein. Komplett anderes Spiel. Es wird ja dann auch so sein, da wird es keine Cold War, MW oder Vanguard Waffen geben. Sondern es wird ein komplett neues Spiel sein. Und das ist auch richtig so in meinen Augen. Man kann dann natürlich immer noch die gekauften Sachen, so eine Kilo mit Tracer, wenn ihr euch da mal eine geholt habt oder so. Kann man immer noch spielen, aber halt dann in Warzone, nicht in Warzone 2. Es sind verschiedene Spiele dann. Ich weiß nicht, wann Warzone 2 kommt. Es gibt kein 100%iges Datum. Ich glaube, irgendwas ist im Raum mit nächstes Jahr März, dann wann eben, ja, Warzone rauskam auch. Warzone wird eventuell so gemacht, dass es genau zwei Jahre alt, ne, drei Jahre alt wird, ne. Holy shit, Digga. Drei Jahre alt. Hilfe. Ist ja jetzt aktuell vor ein paar Tagen zwei Jahre alt geworden. Oder Ende des Jahres, keine Ahnung. Sinnvoller für die wäre es auf jeden Fall Ende des Jahres. Weil je länger die jetzt halt hier Caldera und diesen Schutz eigentlich mal am Laufen lassen, desto weniger Leute werden dann auch noch Bock haben oder hyped sein auf Warzone 2. Aber wir lassen uns überraschen. Wird unsere KD gleich bleiben? Ne, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein ganz neues Spiel. Warzone 2 einfach. Nicht mehr dieses Jahr. Wäre cool, also ich würde mich übel freuen, wenn MW2 Ende dieses Jahres rauskommt und ein Monat später direkt, wie jetzt mit der Integration von Caldera und so und Vanguard, wenn dann direkt Warzone 2 auch kommen würde, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie das ein bisschen später machen wollen, damit die erstmal die ganzen Sales von MW2 mitnehmen. Und dann, oh, Munition. Und dann Warzone 2 releasen. Weil es natürlich auch marketingtechnisch gesehen, unschlau alles direkt aufeinander und gleichzeitig zu releasen. Du willst ja Hype aufbauen und auch Sales pushen und alles mögliche. Deshalb ja, wird das wahrscheinlich eher März werden, realistisch gesehen. Oh mein Gott, Calmax, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber auch kein Ankert im Clan-Tag. Wahrscheinlich auf jeden Fall ein Geek zu sein. Oha. Cytec, Bro, nicht mal Basti hat Ankert im Clan-Tag. Ich glaube, Basti hat sich rausgedrückt für die Killcamp. Weil das sah sehr, ähm, nicht sass aus, aber er ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Der wird 619. Calmax, Hashtag, 1106672. Ich sag, er hat eine 4er KD oder so. Ne, 2,6er. Nur in Anführungszeichen. Ja, die letzten 7 Tage 3er KD. Ja, ne, hat nicht an. Hat nicht an. Dann war es wirklich nur starke Shots. Ja, 620 auch, ne? Hilfe. Wir machen mal Clan-Tag bei Quartiere. Dossier oder so. Oh, ich weiß gerade gar nicht 100%. Aber spielt auch keine verbotenen Waffen. Also vielleicht auch Zuschauer. Aber irgendwie alle, alle ohne Ankert im Clan-Tag. Das ist wichtig, ne? Wenn ihr mitspielen wollt, dann macht euch Ankert im Clan-Tag. Weil sonst denke ich, ihr seid halt keine Zuschauer, so. Stim it in. Oh nein, die sind mal so gut. Oh. Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Das Self geht aber nicht durch, oder? Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Ist nicht passiert. Nein. Nein. Das ist ja wirklich todeslucky. Keine Ahnung, von woher er geschossen hat. Ah, da im Fenster. Hilfe, was ist da passiert? Was bin ich sehend? Das ist, glaube ich, einer gerade wieder gelandet. Wo auch immer der jetzt herkommt. Hey, Gulag ist doch zu, oder? Eins gegen eins gegen eins. Drei Leute noch allein. Oh mein Gott. Der andere wird wahrscheinlich irgendwo links sein, ne? Quartiere dann personalisieren, dann eigener Clan-Tag. Ah, okay. Also Dossier war falsch. Oh, mounted. Aber nur eine Platte weggeschossen. Muss ich auf jeden Fall Platten wiederholen? Okay, das ist auch eine Sache. Ich glaube, du kannst aus Plattensäcken am Boden auch Platten rausnehmen dann. Ich glaube, das kommt auch mit mir, diesen Update, ja. Oh, so lucky, die zwei Platten da zu finden. Wird aber keine reinmachen jetzt. Für das ein bisschen. Stim auch wichtig. Da links ist Crosshine, oder? Oder war das die Zone? Weiß gerade gar nicht. Da verliert man ja sozusagen alles von Warzone 1. Ja, so wie es halt auch seit Jahren so ist, dass man im COD-Multiplayer alles von vorher verliert. Das ist was ganz Normales. Oder in FIFA jedes Jahr auch. Ich denke, ein Game, was drei Jahre draußen war. Und du kannst es ja auch noch weiter spielen, ne? Du verlierst ja letztendlich nichts, weil Warzone 1 bleibt bestehen. Die Server bleiben online. Du kannst immer noch Caldera spielen dann. Du kannst immer noch Rebirth spielen. Und Warzone 2 wird einfach ein anderes Game sein. Das heißt, grundsätzlich verlierst du nichts. Du fängst nur quasi bei einem neuen Spiel von neu an. Seine Koopa triggert so. Ich finde die Koopa auch schrecklich, ne? Ganz komisches Magazin da drauf. Oder Lauf oder sowas. Weiß ich auf jeden Fall. Voll die niedrige Feuerrate. Weiß ich, ob die so gut ist oder nicht, aber die sah jetzt noch nicht so stark aus irgendwie. Also hier war ich auch noch nie. Hier in dieser kleinen Kuhle, wo die Kiste da auch gerade rechts ist, da war ich noch nie. Er hat einfach eine Koopa mit Recoil. Das geht eigentlich gar nicht. Oh, 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 das reicht nicht. Aber niemand hat die Uncut im Clantech. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Zuschauer waren oder nicht. Oh, das hätte er aber da nicht so, das hätte er da nicht so aggressiv spielen müssen, Kellnwix. Da hat er die vorigen Plays waren stärker. Das ist das Magazin. Ah, okay. Die vorigen Plays waren stärker, aber hier sind einige drin mit Uncut. Dinkel Commander, nein. Guck mal, wie viele Uncuts hier drin sind. Ein Feini auch. Aber wir haben irgendwie keinem zugeschaut, so gefühlt, ne? Wir haben gefühlt keinem zugeschaut. Ganz, ganz seltsame Lobby. Ganz, ganz seltsame Lobby. Aber egal. GGs. Einer der Teamer hat gewonnen. Och, nö. Och, nö. Och, nö. Och, nö. Nein, hat da jemand John Cena Musik? Mann.